... kann, die ich noch ins Rennen bringen. Dankeschön Dieter und hier sahen wir gerade einen spektakulären Abflug von Martini, der über die Körbste flog, aber in der Zeitlupe kann man sehen, dass nichts passiert ist. Da kommt ein weiterer Dreher. Das ist der gleiche Dreher, also an der Stelle Einfahrt hier oben zur Start- und Ziellinie. Michele Alboretto ist es, der jetzt ausweicht. Während wir uns...